Wie geht's? Ja. Los geht's mal so los. Bitte kommst du nicht los. Ja. Ne, wer denn? Ja, was denn? Das ist ein Billy Boy. Das ist ein Billy Boy. Früher gab es das Billy Boy Automat. Gebe ich immer noch auf dem Letten. Doch, manche gibt's noch. Wo fahren sie hin? Mega Marken, Mega Marken. Aber in der Sitzung noch überall. Und immer auf den Toiletten von... Ah, nein! Und auf den Toiletten von... Nein! Und immer auf den Toiletten von den Tankstellen. Auf der Autobahn. Das willst du doch gerne mal mit einem Echten machen, ne? Darf ich? Nein! 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 Wo fahren wir hin? Ja, hier! Ja, davon träumen sie, meine. Hier, komm! Ja, 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 jetzt, komm! Ja, warte. Ja, komm! Jetzt! Jetzt muss ich rein schieben! Meist, 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 wetteln, mach! Los, los, los! Nein! Ne? Ne? Reinschieben! 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 Warte! Reinschieben! 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 Runter auf! Nein! 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 Jetzt komm! Jetzt komm! Nein! Nein! Hier! Hier! Den will ich nicht noch! Ah! Sie haben ihn mit dem Kondom angeworfen! Da muss man alleine sagen! Anzie, übernehme mal erst hin! Anzie! Stopp! Stopp! Ey, komm, das ist schon geil! Ja, komm! Ja, das ist ideal! Jetzt den Mund reinschieben! Mund reinschieben! Häh! Aäh! Mein Arm! Nein! Ich will nicht noch 3,3 Minuten! Also, lachen! Ah! Es ist schon gut! Nee! Ja, zeig den Mundfahrer noch! Ich bin noch nicht noch! Ah! 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 Stem, komm! Ah! 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 Da schmeckt wirklich nach Arrange! Ah! Das schmeckt wirklich nach Arrange! inf with you! Aaaaais! ha haaa ... D Jaance! Er wird ausgeblasen! Er wird ausgeblasen! Guckst du doch jetzt? Wenn ich in der Kuss... Hahaha! Dreh auf dich! Jetzt wirst du Handy hochfallen! Also mach mal dein Versaucher! Ja und dann wird ein Autofahrer kommen! Amok! Ey kommt ein Autofahrer! Ey kommt ein Autofahrer! Ja Leute! Hahaha! Das war eine Oma! Lass doch los! Lass doch los! Lass doch los! Lass doch los! Oh man ey! Lass doch los! Und unser netter Sponsor! Lass doch los! 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 doch damit ja ja das sind drei Autos vier, drei, eins oh man ey ja Ja, also das ist ja jetzt ein bisschen großartig. Ja, ich muss hier raus. Ja. Vielleicht breit. Vielleicht breit. Wer wohnt hier? Ich. Und nee, wir brauchen Hand. Als Firma. Warte, lass uns dein Handy mal hier. Allein schon. Ey, welches Haus ist das? Das ist da vorne, oder? Cool. Da wo der Basketball drauf dran ist? Ja. Scheiße, ich krieg's nicht mehr aus. Krieg's nicht mehr aus. Ja, du musst auch, Junge, du musst, wenn es dann, musst du auf Pause, wenn du anhalten willst. Opa. Auf Pause? Schon mal was vom Kassenspieler zu mir gehört. Ich will nicht. Der ist gesperrt. Wie, wie, du musst entschlüsseln und dann hier drauf drücken. Okay.